Du schaust so gut aus, bist so gut drauf immer, ich bewundere dich. Das sagt mir eine Freundin in den vergangenen Tagen und ich habe mich so wohl gefühlt. So berichtet mir eine Frau in diesen Tagen. Und sie fährt dann fort. Eine Stunde später habe ich jemanden getroffen, der zu mir gesagt hat, wie schaust denn du heute aus? Geht's dir nicht gut? Und das hat mir die Stimmung gedrückt für den ganzen Tag. Dieser Frau ist es unangenehm, dass sie so abhängig ist von dem, was andere über sie sagen. Und ich fühle mich da selber betroffen, denn ich schiele oft sehr nach der Anerkennung anderer. Die Meinung anderer ist mir sehr wichtig, denn ich kann von ihnen sehr viel lernen. Gleichzeitig möchte ich aber nicht abhängig sein von dem, was andere über mich sagen. Dabei ist mir der Glaube eine große Stütze. Ich glaube an einen Gott, dem ich unendlich wertvoll bin. Und deshalb bete ich auch immer wieder gerne das Gebet. Seit ich im Schoß meiner Mutter war, du mein Herr und Gott, stütze ich mich auf dich. Ich bin ein Schoß und ich bin ein Schoß. Untertitelung des ZDF, 2020